Hallo meine süßen Mausezähnchen. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil es ist was richtig cooles passiert. Und zwar haben vielleicht ein paar von euch schon mitbekommen, dass ich mein eigenes Nähbuch gerade rausbringe. Jetzt kann man das schon vorbestellen und am 2.11. ist das dann endgültig raus. Und heute habe ich das erste Exemplar aus dem Druck bekommen und ich bin richtig aufgeregt, weil es ist so cool geworden. Ich zeige euch das jetzt kurz. Also das hier ist das Cover. Alter, wie cool ist dieses Buch geworden? Es ist so nice. Ich bin richtig aufgeregt. Also wie gesagt, es ist ein Nähbuch und es dreht sich sehr um die 80er Jahre Mode, weil ich das einfach mega cool finde, wegen Stranger Things und allem möglichen. Ich kann ja mal einen kleinen Sneak Peek geben. Zum Beispiel ist ein Schnittmuster für diese Hose und dieses T-Shirt da drin, aber noch ganz viele andere Sachen. Und die Schnittmuster sind auch direkt in dem Buch drin. Das heißt, man kann das einfach rausnehmen und dann einfach nachnähen. Und ich bin richtig stolz auf dieses Buch. Es steckt auch sehr viel Herzblut drin, nicht nur von mir, sondern auch von ganz vielen anderen, die mir dabei geholfen haben. Vielen Dank nochmal. Und ich hoffe, es gefällt euch auch so gut wie mir. Es wird auch bald noch eine Verlosung geben, aber es wäre natürlich trotzdem cool, wenn ihr das vielleicht schon vorbestellen könntet. Glaubt mir, es wird sich lohnen. Es ist nämlich einfach geil geworden und ich habe mir den Arsch dafür aufgerissen. Okay, das wollte ich nur sagen. Das ist mein Buch, das bin ich und ich bin sehr stolz. Dankeschön. Tschüss.